Das ist auch ganz interessant hier, da machen sich die Gesichtsmasken aus Safran und Sandelholz, geriebene Moor. Dann tritt man da Wasser rein und dann trägt man sich das aufs Gesicht auf und dann wird man für immer jung. Oder aber nur ein bisschen Safran. Das gilt nur an der Platte. Ja eben, das bist du ja noch nicht von daher. Ja? Ja, ja.